Könntest du bitte mal mit den Fingern die Hände und das Mikro moppeln? Gefällt dir das denn? Hey, das Video wird entmonetarisiert. Leute, ich hab's echt so versucht mit dem No-Nut-November, ne? Aber sorry, ich steh da einfach drauf. Witzig! Aber wisst ihr, was kein Witz ist? Satte Rabatte zu Black Friday. Honey, lass uns mal wieder shoppen. Und das sogar ohne Maske. Online bei meinem Partner Gore-Tec. Die haben jetzt nämlich zum Black Friday nochmal alles gegeben und ihre Produkte stark reduziert. Oh, na toll. Jetzt hab ich da letztens erst was geholt, wo es noch teurer war. Ja, dann kaufst du halt noch was. Was ist das denn für eine Einstellung? Es ist bald Weihnachten. Bruder, Mutti, Oma, Vati, der kleine Jeremy von nebenan und die Sieglinde aus dem fünften Stock freuen sich auch alle drüber. Und das ist Fakt, meine Freunde. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann vertraut bitte wenigstens dieser äußerst seriösen und repräsentativen Straßenumfrage. Würden Sie sagen, wenn ich Ihnen zu Weihnachten was anderes schenke außer Gore-Tec-Hardware? Hatte nicht viel von. Was sagen Sie dazu, dass Gore-Tecs Mauspad RGB-Beleuchtung hat? Ja, find ich total innovativ und super, ja? Ja? Find ich klasse, ja? A.O. Gaming-Hardware von Gore-Tec, jetzt noch günstiger. Ja, herrlich. Freuen Sie sich schon aufs Zocken? Ja, ich freue mich. Wer noch nicht hat, wer nochmal will. Oh, ja. Hat jetzt nochmal die Chance, sich bis zum Ende der Woche, 27. November 2020 um Mitternacht, ein neues Setup zu einem unschlagbaren Preis zu gewinnen. Und weil ich so ein gütiger Gott bin, haben wir dafür gesorgt, dass der Rabattcode SEV für extra 10% immer noch Geld, meine Herren. Link in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt. Und folgt mir gerne auf Instagram, da verlose ich im Dezember drei Mäuse. Also. Äh, Tabas, also dieses Tabas, äh, Taskbar, Alter, ich kann nicht mehr reden. Äh, das kann man halt einstellen, ob man, ob man während die Sachen, genau. Wie bitte? Das war nochmal meine Idee, aber die kannst du auch gerne übernehmen, dass wir nur in ASMR sprechen dürfen in den Talkings. Das ist geil. Witzig. Komm, mach das selbst, das ist lustig. Das ist cool. Ich drück jetzt auf Start, okay? Ja, Start. Among Us. Yeah, yeah, yeah. Fuck, fuck, fuck. Sssst, selbst Ausnahme. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ah, yeah. Mein Name ist Sef und ich bin der beste Crewmate. Nicht alle durcheinander reden. Was ist denn passiert? Ich war gerade am Steinchen abschießen. Dort, direkt neben dir. What the fuck, wer war denn noch da? Also, ich war nicht da. Ist okay, wenn ich nebenbei ein paar Chips esse. Sef, holst du mir dazu. Das war ganz sicher End of Blood. Ganz sicher End of Blood. Das war wunderschön. Dankeschön. Alter, das ist, glaube ich, die widerlichste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Komm mir von allen Seiten irgendwie ein bisschen benutzt vor. Ekelhaft. Downloads auf mein Tablet. Das war wunderschön. Was tue ich hier eigentlich? Oh, Müll rausbringen. Cool. Es wird Herbst, Alter. Warum ist da nicht mehr Müll? Warum sind hier fünf Blätter? Yo, ist der Imposter hier irgendwie am Start? Oder hat der irgendwie keine Lust? Oder was ist hier los? Oh. Hallo, meine Damen und Herren. Ich habe dieses Meeting zusammengerufen, weil ich eine Leiche gefunden habe. Lol, Solar wurde abgestochen. Der Name. Ja, außerdem habe ich noch einen Trigger für euch am Start. Den würde ich euch noch kurz präsentieren. Ich bin jetzt gerade aus Electric rausgelaufen, wo sowohl Vilan, Sterzig, Hanno und Gnu waren. Mir entgegen kam, als ich nach Lower Engine gelaufen bin. Hey, still. Und dann bin ich nach oben gelaufen und im Eingang zum, ähm, zum, zum, ja genau, Simon Says sagt, da lag Solar. Ja, meiner Ansicht nach müsste es also wahrscheinlich Hey Stan gewesen sein, weil er aus der Richtung kam. Ich war unten längs in Lower Engine und habe jeder den Bizzin nachgefüllt. Der habe ich nicht gemacht. Ich war auch zuletzt in Electric Helm. Aber mein lieber Stan, das kann jeder brauchen. Aber du kamst von oben in Lower Engine und nicht von unten. Der Ignorant ist. Ich will mich erschießen. Ich finde das hier nicht lustig, ja, wir haben hier zwei Tote innerhalb von ein paar Minuten. Also, ich fühle das schon ein bisschen lustig. Ich halte das nicht aus, Alter. Das ist, das ist mir viel zu hoch. Ich möchte, ich möchte mich duschen. Aha. So ist das. Was ist denn nun schon wieder los? Also, ich habe dieses Meeting einberufen, weil ich fand, Seth hatte noch nicht die Gelegenheit, auch etwas zu sagen. Ich glaube, er ist sprachlos. Ich sage noch den ganzen. Ich glaube, Seth, deine Folge. Ich glaube, deine Verfindlichkeit ist nicht so hoch. Oh, shit, Alter, das stimmt. Ey, ich spreche die ganze Zeit mit euch. Bitte mal mit den Fingernägel, ne, mich im Mikro-Moppel. Oh, Scheiße. Gefällt dir das, hey, no? Ey, das Video wird monetarisiert. Du brauchst sogar kein Pinball-Games. Ich wollte dich fragen. Ey, ich stöhne mir hier einen ab und niemand hört das. Das ist wirklich formidabel. Also, fantastisch ist das. Das Schwein. Ich war gerade dabei, der Beste in Simon Says zu sein. Was hast du dazu, du Wix? Das ist doch wunderschön, danke. Okay, ja, na und? Bin ich halt tot. Du hast doch eh nichts anderes gewohnt. Das Veland und Knoe sich auf die Leiche von Max stellen und sie nicht reporten. Ich finde es nicht in Ordnung, dass du ihn killst und dann wegrennst und das behauptest. Aber ich habe reportet. Das gibt gar keinen Sinn, dass ich dann wegrenne. Doch, weil du gesehen hast, dass wir auf dich losgerannt sind. Warum sollt ihr auf mich losrennen, wenn ihr nicht Imposter seid? Du reitest dich ja gerade in der Turfelsspirale in die Hölle. Und genau da wirst du landen. Dafür, dass du Max getötet hast, werde ich dich auf den Ring. Hallo, hallo, saftiges Knoe, Tenno umgebracht, nachdem sie aus dem Band gehöpft ist. LOL, wie lasst du mal an? LOL, ha ha ha. Du fliegst jetzt raus. Alter, das war auf dem Porno hier draus zu machen. Okay, jetzt will das Spiel mich beleidigen. So, jetzt habe ich dich aber, du dumme Sau. Stan, man darf nicht zweimal die gleiche Task faken. Das geht nicht. Du standest gerade schon wieder an Lower Engine und wolltest da nachdenken. Aber du hast schon nachgedacht, hast du gesagt. Damit hast du dein eigenes Urteil unterschrieben. Also, reportet, das macht sie. Du reportet, das kannst du nicht verfehlen. Okay, es war auf jeden Fall ein anderer noch an Lower Engine. Ich habe den auch nicht gesehen. Also, ich finde, wir müssen jetzt noch nicht voten, weil... Ich finde, ihr solltet aber sowas von jetzt voten. Ich würde auch erstmal skippen. Oh, nein, ich skippe nicht. Ich skippe nicht. Ich skippe nicht. Oh, die Kings. Oh, Gott. Propos Kings. Second try, Mama. Hast du das gesehen? Bist du endlich stolz auf mich? Also, Papu, läuft mir die ganze Zeit hinterher. Graf, dein Komik. Das hat er doch angekündigt, oder nicht? Ja, aber das ist doof, weil du jetzt deswegen niemanden töten kannst. Ja, das ist echt blöd. Der töte doch einfach mal. Ja, oder der wartet einfach drauf, bis er mich tötet. Ja, aber dann hat er es ja schon lange getan. Ja, vielleicht Calldown. Bei Communications waren zu viele Leute. Aber das glaube ich nicht. Wir haben jetzt dann keinen Toten, deswegen hatte ich keinen Calldown mehr. Wenn ich weiß, was ich gehabt hätte. Ich finde es erstmal übrigens sehr verwerflich, dass du pink bist mit einer Krone. Ja. Das finde ich ein Spott gegen Vlesken. Und jetzt bist du natürlich voller Angst und willst Papu rauswerfen, damit du wenigstens irgendjemanden gehen kannst, weil wir gerade an auf dem Hoffmann waren, weil das natürlich ist gerade nicht möglich. Aber jetzt, jetzt willst du Papu rauswerfen. Und das... Nein, nein. Und das, finde ich, ist komplett Bullshit. Das war's. Das ist nicht so sauer, ich krieg auf Spuren. Ich hab direkt die Kabeltaske gemacht, ohne... Ich hab die Reiche nicht gesehen. Also ich... Ich finde Papu, verfolgt mich zu oft. Papu, ich werde jetzt weiter hinterher rennen, bis ich dich habe. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, jolo, Leute, let's go. Oh, reinstehen. Das war's dann mit dir. Das war's. Die alle in der Hölle ver... Oh, oh. Die alle in der Hölle verrecken. Das war mal wieder ein Schuss in den Hof. Bim. Walahambula. Endlich ist es vorbei. Das war das Schlimmste. Also, können wir damit anfangen. Ich spiele ja echt die ekelhaftesten Horrorgames, aber noch nie wollte ich mich nach einer Folge so sehr duschen wie jetzt. Das war. Das ist immer gut. Gut. Geil. Gott, Alter, mein Hals tut weh. Sowas kann ich nicht nochmal machen. Ja. Habt ihr nicht... Da hilft Gelo Reboys. Dieses Video ist jetzt Konser, ne? Habt ihr nicht geregelt, dass man nicht zusammenlaufen darf oder so? Dann kann ich wieder Grün haben, bitte. Und danke auf jeden Fall nochmal an Goatech für den krassen Support und die Verlängerung der Partnerschaft. Freut mich mega. Wie gesagt, jetzt zum Black Friday nochmal ordentlich reduziert. Link unten in der Beschreibung. Feuer frei. Bang, bang, bang.